Manchmal, ich muss sagen, ja manchmal habe ich irgendwie auch mehr Bock auf einen Chicken. Komm, wir gehen zum C-Gebäude hier, Quantum. Die sind an der Halle, aber hier ist keiner. Kommt so auf den Dönermann an, ne? Geh noch rum. Also ich habe einen Dönermann, da war der Chicken-Döner immer richtig geil. Aber bei anderen eher der andere. Hühner sind hässlich? Was? Die haben Hühnchen. Ich finde Küken total süß, man. Diese kleinen gelben Plüschbälle. Küken. Voll süß. Ich hätte gerne Küken als Haustier, aber für immer Küken. Scheiße, ich wollte dir deinen letzten Raum noch klauen. Drei Rucksack kannst du haben. Ich habe einen Dreier. Wenn die für immer Küken bleiben würden, wären die richtig cool. Boah, hier sind überall Rucksäcke drin, auf jeden Fall. Ich will keinen Shotgun. Auf jeden Fall noch keine West. Weste? Einer Weste war. Vorhin in dem einen noch, aber ich dachte halt, dass du sowas hast. Joa, hier war gar nichts drin. Also keine Waffe, ne? Ne. Ne. Hier ist noch eine Mini, wenn du die willst. Ne, ich habe eine Car, aber ich habe halt keine dabei. Ich brauche keine Attachments. Weder Attachments noch wie so, oder? Ja, habe ich auch nicht. Da haben wir irgendwie immer das falsche Haus, ne? Egal für welches wir uns entscheiden. Oh Gott. Pass auf. Auf die Arme Scopes. Aha, der ist am Ende der Türe. Weißt du, jetzt mit einer Car oder Escape mit Scope könnte man den richtig gut hitten, ne? Einer war auch hier oben hinten, ne? Vorsichtig. Da sind wir ganz hinten unter der Tür. Der hier hinten war auch mit einer. Ich muss können wir mal kurz, äh, ich hau mir kurz in die Spritze ran. Können so langsam vorarbeiten. Das ist einer von hinten kommt, ne? Lunds. Das müsste man aber eigentlich hören. Oh, okay. Alles klar. Und nochmal heilen. Hat der Nate? Ja. Ohne Flash. Kommt. Von hier unten. Triple. Ich bin knocked. Andere auch tot. Nice. DP. Ruhloard. Quantum, die Ruhloard. Wow, I see what you did there. Ich seh den außen. Where is this guy? Oh, draußen ist er. Ja, ja, irgendwo draußen lief der lang. Let's cut. Wo ist den? Warte, 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 warte. Wo ist den? Oh shit, hinter, auf der Rückseite. Oh fuck, ich hab gerade den Ruhl gewechselt. Na, von dem... Halle? Von der Halle. Na gut, ich dachte jetzt hier vorne... Okay, der stand ganz kurz still. Ich hab die Hoffnung wechseln kann, ich hab weitergegangen. Ja, die sind hinten. Zeigen sich jetzt aber auch nicht mehr. Oh nice. Wo hast du den gekillt? An der Ecke? Ja, an der Ecke, ja. Der wollte gerade was looten, da hinten. Ganz hinten an der Ecke. Oh. Da hat der Nate. Pass auf, da hat der Nate hin. Pass auf, pass auf, der ist close. In the smoke. Das war, achso, das war der andere, der ist hier reingelaufen. Oh shit. Hast du den? Ne, 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 das war der ausgenockte, ich dachte der... Oh, das war doch mein Kill, schön. Bin einfach nur draufgehalten, nochmal schnell. Na ja, weil ich vorher drauf. Ja, ich seh Spieler, äh, hinten am Berg. Da, 300, willst du mitschießen? 335, also ist schon ein Stück. 200 Meter halt. 235 sagst du? 335, 335. Der, gegenüber dieser kleine Berghügel. Sind ungefähr... Ah, sein Mate ist daneben. Siehst du den nicht? Der läuft jetzt links runter. Der geht jetzt genau zu dir. Ja, der ist jetzt runtergelaufen. Richtung Straße ist der, glaube ich, gelaufen. Ah ja, der läuft über die Straße, der läuft im Berg. Komm, lass schießen, dann haben wir den vielleicht. Ach, der ist bei mir. Ach, der Baum ist im Weg. Ja, pass auf, aber der hat auch noch ein Mate, deswegen gehe ich mal nochmal zurück. Ach ja, stimmt, das ist eben 12-4. Ja, nice. Die laufen beide weg. Der ist nocked. Nice. Der hat ein Baum, aber es ist ein Mate. Der ist irgendwie bei der Fix draufgelaufen, oder? Ah ja, da kommt er. Der aimt auf mich. Ich sehe nicht mehr, jetzt sind da zu viele Büsche. Hast du den gefinisht? Ja, ja, ich habe den gefinisht. Ich will nicht, dass er den da hinter den Blättern wiederholt. Ja, klar. Das ist ein Grund, warum man finisht. Ja. Ja, jetzt eh. Nicht finishen, vielleicht kommen die 300 Meter rüber. So im Early Fight, aber jetzt, ja. Jetzt finische ich alles, Mann. Ich kann alles später noch gefällig hier hin. Ach. Wo siehst du den? Nein, der ist wieder, der hat sich nur kurz gepiekt und dann ist er wieder zurück. Ja, wir laufen da aber nicht hin. Selbstmord. Ey, Neosin, was geht ab? Die Kugeln fliegen langsam, hm? Bei der Waffe. Die hat schon ewig nimmer benutzt. M24. Ja, ich weiß nicht. Ich werde mit der... Mit dem M24 werde ich ehrlich gesagt nicht so warm. Guck mal, der Sound ist halt sexy. Das ist der größte Plus und... Ja, der ist schallgedämpft. Hm. Oh, der schießt wieder. Mal ehrlich, jetzt muss ich scheiß Boost verschwenden. Das triggert mich jetzt, aber... Was der mich jetzt noch gated hat. Ich wollte eigentlich nur zurückspringen. Ne, Tippfehler. Toll. Guck mal, bei dem Stein, 280. Buggy hin. Die kommen vielleicht zu uns. Oder? Ne, die fahren unten lang. Die sind unten am Airfield, Können. Ja. Also die können auch hier... Die kommen hier wahrscheinlich den Berg hoch gleich. Die haben wahrscheinlich uns schießen gehört, ne? Ja, die werden bestimmt kommen. Oder einmal der Nase juckt. Ey, komm. Hab einen von mir nockt. Der ist 205. Bin weiter links. Ein HP. Ein HP. Oh, Mama. Oh, Mama. Nein, 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 nein. Wirf dich vor mich, Quantum, wirf dich vor mich. Boah, meine 3er-Weste habe ich den Arsch gerettet. Aber ich brauche jetzt eine neue Weste. Was ist denn daneben? Ey, warum sind meine Leben immer noch rot? Hallo, was ist das für ein Bullshit? Ich dachte, der hätte denkt, ich hätte noch wenig Leben. Und dann... Im Turm? In welchem Turm? Äh, 210. Echt? Da drin? Im Westen der Turm, ja. Oh, mein Gott. Ich glaube, ich habe meine Mama gehittet. Ja, ich will die aber looten. Ey, hier ist ein Drop. Was? Hier vor mir direkt. Der ist sogar noch ungelootet. Neue 3er-Weste. Brauchst du einen 3er-Helm? Oh, ja. M249 ist da drin. Oder was? Und noch Suppressor AR DMR. Aber brauchst du nicht, ne? Ne. Ja. Ja, ich habe noch einen ganzen 3er-Helm. Sauber. Meine 3er-Weste hatte genau noch 7. Jetzt habe ich ja eine volle. Schön. Na, der... Der ist rausgesprungen übrigens vom Turm. Der ist jetzt irgendwie unten. Ich habe nicht gesehen, wo der hin ist. Hä, wo ist der denn? Der ist unten außerhalb am Turm, Quantum. Oh, zum Glück haben die Potatoes. Der ist am Stein, der ist am Stein. Oh mein Gott. Ich hasse mein Leben. Das geht immer noch nicht. Da kann ich mich immer noch retten hier. Warte, du musst bis hier kommen. Bis hier. Ja, das hole ich jetzt einfach. Die Weste ist weg. Ja, hier vorne vielleicht haben die ja... Der eine von denen hatte gar keinen Helm. Boah, die haben zum Glück Potatoes auf mich, Mann. Ich habe den einmal getroffen. Ich habe den anderen nicht... Ich habe nur auf den über den Stein geschossen, aber der andere hat nicht... Oh, Compi, yes! Endlich kann ich besser treffen. Hier sind noch Nates zwei unten, wenn du willst. Eine Heilung wäre noch eine einzige. Nein, der wäre schon Nates. Aber wo habe ich denn den anderen gekillt? Weiter hier unten, ne? Ja, hier. Ein First Aid hast du nur noch. Ja, ja. Aber der hat auch gar keine Heilung mehr. Ähm, hier. Ich kann dir noch einen First Aid geben. Warte, du, ob ich dir... Hier hin und Boost hast du? Ich habe noch einen Energy. Einen, ja, hier. Äh... Da. Merci. Oh, la, la. Oh, shit. Jetzt habe ich nicht mal eine Weste geschaut. Wo sind denn die jetzt wieder? Hier. Vorne. Einer in der Nähe des Baumes. Der eine hat aber nur noch eine ganz kaputte Dreiei. Was hatte der denn hier? Der hat gar nichts mehr. Der hat... Der hat nichts mehr. Deine Weste. Der hier hat eine halbe Zweier. Der, wo ich hier bin. Das ist doch noch außerhalb, wo die schießen, oder? Ich will nicht hier den Berg runter gehen. Das ist so eine schöne Pose. Bin ich blind? Ja, da vorne. Hier. Nee, nicht der. Der hier. Der hier. Nein, da liegt noch einer. Okay, okay. Ich glaube, es kommt da oben außerhalb. 245 oder so, Mann. Das ist, glaube ich, noch. Boah, hinter uns wieder auch noch. Ach so, hinter uns ist ja die Safe Zone. Okay, nee, das ist drin. Hey, warte mal. Da klang jetzt von ganz woanders. Keine Ahnung, ob es die selben Schüsse waren. I don't know. Aber wir können hier erst mal ein bisschen gammeln. Hauptsache, man hört halt die UMP, ne? Das kann überhaupt nicht weit sein, Mann. Man muss hier drüben bei dem Baum sein, oder? Ja, könnte. 40 Sekunden, dann müssen die kommen. Wir werden sehen. Also, kann auch sein, dass das oben am Berg war. Aber die UMP hat man ja nicht so weit eigentlich. Hm. Doch, der kommt, der kommt. Hm, aus dem Haus, oder? Ja, der ist jetzt an den Häusern. Ja, ja. Oh, die aimen auf mich. Ich muss mal zurück. Was? Oh mein Gott, in dem Moment hat er weg. Komm vor. Okay, der hinter dem Baum hat einen Hit. Aber dieses scheiß Baumkrotz. Ja. Beide hinter dem Baumkrotz. Nee, der randt schon vor. Einer ist schon vor. Hab einen knocked. Der nicht vor, der randt? Ja. Der hat sich hingelegt. Der ist jetzt tot. Ja, der hat dann nur auf mich geschossen gerade. Der hat sich auch einfach hingelegt. Oh, neben mir ist einer irgendwo. Oh, mein Berg, oh, mein Berg. Wo ich gerade zulauf. Neben mir ist einer. Oh, shit, ich bin lau. Oh, ich sehe den, ja. Warte. Ich muss mich heilen. Ich sehe den nicht mehr. Der müsste beim Baum oder so. Ich habe den zwei Skates jetzt gegeben. Der müsste hier vorne irgendwo sein. Oh nein, 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 nein. Ich bin gleich schnockt. Ich bin gleich schnockt. Warte auf. Ja, ich bin aber direkt. Ich sehe ihn nur nicht. Oh, der hat nachge... Das waren die Letzten. Ach, das waren schon die Letzten. Und du hilfst mir nicht gegen die Letzten. Ich bin nur rumgelaufen. Ich wusste, dass der nachladen muss. Ich sagte, ich muss mich heilen. Der ist vor mir. Weiß ich nicht, wo der dann wegläuft, wenn ich hinter mir bin. Der ist mir sogar noch nachladend hinterher gelaufen. Selbst schuld. Schön. Bin ich hier. Ja, hallo, das waren die Letzten beiden. Da müssen wir die doch holen für den Dinner, siehst du. Hey, meine Taktik ist doch aufgegangen, Quantum. Ich habe doch die Chicken Dinner-Taktik gehabt. Puh, aber ich habe überhaupt nicht gemerkt, dass das die Letzten beiden waren, Mann. Vor allen Dingen hätte ich niemals damit gerechnet, dass die Letzten beiden da sind. Ja, ich dachte, auf den Berg ging. Ja. Ich habe da null mit gerechnet, dass die Letzten beiden da sind. Holy. weil ich auch nicht so gut so gut, Ich habe das, was ich gehe dir. Und ich kann da drange nach.